Geht etwas schmerzendlich. Kann das sein? Ne, kann nicht sein. Kannst du kein Zeug reparieren? Kannst du nicht. Bist so nützlos. Kannst auch kein Zeug reparieren. Sein der Scheiß. Egal. Gehe ich halt zur Motherfucking Händler hier irgendwo hin. Der kann mir mein Shit immer reparieren. Komme was wolle. Abgesehen davon. Außer er hat geschlossen. Was jetzt halt nicht der Fall ist. Und das finde ich super. In den geschlossenen Läden sind so. Ach hallo, Sabine. Ne, dich will ich nicht. Ähm, ja. Jo, jo, jo. Das Ding leistet mir gute Dienste. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Nö. Will ich nicht. Das kostet mir eindeutig zu viel. Auch ihr. Ähm. Und da ich ja selber schon welche Stufe bin im Schmieden. Ach ja stimmt ja, ich muss noch. Ähm. Bin ich fast Level 50. Noch zwei Motherfucking Level. Und dann kann ich hoffentlich auch magische Gegenstände schmieden. Was mir eine große Hilfe dabei sein sollte. Nicht jedes Mal zu verrecken. Ne, das nicht unbedingt. Aber. Weswegen ich total unabhängig von irgendwelchen Schmiedetypen sein sollte. Ich hätte noch Hämmer kaufen sollen. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Wahnsinn. So, und hier werde ich jetzt versuchen, meine Krankheiten irgendwo zu heilen. Wie geht das euch? Dieser Eugal belädt es. Ist ein seltsamer Kauz. Man sagt, dass zu allen Tagen... Du bist heute gesegnet worden. Ich wurde heute gar nicht gesegnet. ...würdige Geräusche aus seinem Haus dringen. Seltsame Geräusche. Hm. Hat mir ja nicht wirklich viel gebracht. Wie sagt ihr? Wirklich eigenartig. Los! Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Hm. Meine Magie reicht nicht aus. Meine Magie reicht nicht aus. Meine Magie reicht auch nicht aus. Hey, Lähmung halt. Hat mir auch so ein Typ geschrieben, ja, wie das Ding gehen soll, wenn man gelähmt ist. Wie man dann heilt. Aber es ist ja auch egal. Hm. Also ich würde mir das Ding... Ich würde mir das Ding... Ähm. Krankerteilen hätte ich gerne. Schwere Wunden... Mehr nehme ich auch mit. Ne. Hab dann. Ähm, du... Was kannst du machen? Ich bin der... Gar nichts. Nice. Letztlich sein. Lebt wohl. Was kann ich für euch tun? Lebt wohl. So. Dann probieren wir mal Stärke wiederherzustellen. Tralalala. Ähm. Attribut wiederherstellen. Stärke. Meine Fertigkeitsstufe reicht nicht aus. Awesome. Ich will aber verdammt nochmal... nochmal gesegnet werden. Motherfucking. Sucker. Bitch-Typie. Warte mal halt. Warte mal halt. Am Warten sind wir sowieso spitz. Weil sowieso um uns herum nichts passiert. Und alle voll wie Arsch sind. Waaah. 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 Ich so müde bin. Waaah. Waaah. Ein Moment der Stille. Wird genutzt für... Was ist denn der Scheiß? Was? Schönen Tag. Was ist denn der Scheiß? Ich bin heute gar nicht gesegnet worden. Ah! Ich würde doch noch mal ein dämlichen Scheiß hier loswerden. Ist das Ding einfach nur Kacke zu mir? Oder ist das Ding einfach nur Kacke zu mir? Ist das einfach nur Kacke zu mir? Habe ich denn irgendeinen aus dem Trank, den wir vielleicht festigen? Wiederherstellen, Konstitution. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ganzen Tränke mal ein. Und das war's. Gämliches Katzenvieh. Das hat sich tatsächlich auf ein Regal katapultiert und beinahe im Bilderrahmen umgeworfen. Grrrr. Wie werde ich in den Scheiß los? Das ist nämlich Krankheit, rasende Wut. Ja, wo kann ich mir hier denn bitte so eine fucking Krankheit heilen? Hm? Wo? Hallo. Ihr habt aber geschickte Finger. Was ist heute gesegnet worden? Grrrr. Na, dann versuche ich es mal bei irgendeinem Alchemie händler. Wenn es hier so etwas geben sollte. Bücher? Nee. Sieht nur aus wie... Eigentlich nur ein Krummstab. Das könnte entweder Magier sein oder einfach... Weiß ich nicht. Oder einfach nur eine Bar. Willkommen in der... Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Was ist hier gerade? Krankheit? Nee, ich will nicht Krankheit widerstehen. Ich will Krankheit heilen. Hallo. Ich will mich hier nicht beschweren. Ich meine, ich habe es mir selbst eingebrockt. Ich hätte nicht gegen diese Ratte kämpfen dürfen. Ist mir schon klar. Ja? Kann mir vielleicht einer meiner Magier-Gilden-Freunde helfen. Magier-Gilden-Beste-Gilden-In-The-Hood. Hallo. Hallo, ich bin Kass... Äh, nee. Auf Wiedersehen. Was wollt ihr? Nee. Sag gegrüßt. Ja? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Wow. Also ich könnte mir irgendeinen bunten Brustpanzer beschwören. Und ansonsten... Untote züchtigen. Das klingt irgendwie eklig. Das will ich nicht. Passt auf, dann könnt ihr viel lernen. Aber Veränderungen... Nö. Auf Wiedersehen. Haben die denn hier nicht irgendwo irgendwas, womit ich meine Krankheit heilen kann? Weil es ist ziemlich arschig, so auf diese Art und Weise. Ziemlich arschig, Kätzchen. Hörst du? Arschig! Ach, wisst ihr was? Leck mich! Leck mich, scheißkranke Alter. Ich geh jetzt einfach raus und quest weiter. So wie es mir mein Herz befiehlt. Ähm... Kack-Quest, Kack-Quest, Kack-Quest... Kack-Quest... Machen wir noch... Eine... Krieger-Gilden-Quest. Diesmal in Skingrad. Hoffentlich gibt's da irgendwas für mich. Irgendwas fettes. 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 Party. Fettes. Kack-Quest. Fettes. Vielen Dank.